Spooky, scary skeletons, speak with such a screeching You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shrieking Spooky, scary skeletons, and shivers down your spine The shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight Dankeschön Dank Du, 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 du Weg da Stehst im Weg Wo ist mein Amboss? Habe ich hier nie einen Amboss gehabt? Ich bin immer noch Ich bin immer noch, ich hatte meinen So, Birkenboden So Tisch haben wir Da haben wir ein paar Faggeln Eine da Genau Eine hier Nein Eine da Dann brauchen wir ein paar Stormbricks Die kommen jetzt in mir immer hier rum Scheiße, ob ich jetzt Holz verbraucht habe, ist ja egal Wir haben jetzt keinen Fusch am Bau hier Zack Dann können wir aber trotzdem nochmal Eben das heile machen, so Dann kann ich hier nochmal Licht hin Hier, hier Dann können wir Hier nochmal was ran Hier Scheiße, zu hoch Da So Im Endeffekt kann natürlich alles weg Wir können das Select dann hier reinstellen Und dann gehen wir jetzt mal Den Villager plus In Bett holen Weg da Aus dem Weg Du störst Dann brauchen die Olle nachher noch ein paar Schilder und so Dann können wir also gut Jetzt bei mir Dann gehen wir sie Oh Okay Scheiße Das ist weir Da Dann 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 jetzt haben sie angst natürlich reiner mit euch so du bleibst hier dankeschön noch ein bett mitnehmen danke wiedersehen und dann auf mit dir dann rüber da ein neues zu hause du wurdest auserwählt auserwählt gute dinge zu tun boah dieser dämliche golem geh mir aus dem weg boah dämlicher golem so und wir mal hoffen dass der uns noch mag das ist keine von dem ich gehauen hab aber der ist ja nicht weggerannt dem an dem geht es doch gar nicht so schlecht so machen wir die gitter hier hin dann kriegt er noch ein bett hier hin weg da so piercing 3 jetzt müssen wir mal wieder gucken dass wir den mal richtig hinkriegen so dass kriegt was wir haben wollen und das kann wieder dauern dann so Musik 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 So, ja, da haben wir ihn Und dann wird er Lübinger ist treu Dankeschön Und bis bald Ich will, dass wir miteinander gesprochen haben Klinge dann doch Hat ja nicht so lange gedauert Zehn Minuten für die Stunde Ging ja vollkommen klar Cool Dann würde ich sagen, wir können das mal wieder alles einlagern Was wir dabei haben Und dann werde ich gleich einmal Zeigen, warum ich es gemacht habe Und ich hoffe, es geht auch mal schwer drauf Aber ich hoffe es Ich würde so lachen, wenn das ja nicht mehr geht Weil, äh, zu viele Vertraubungen oder so Probe ich, glaube ich, gleich mal als erstes Schwert Und das Buch Jawohl, Sweeping Edge drei Habe ich gleich zwei geholfen? Ja gut Zweite Geilste Haben wir genug Asche Oh, Mann, warum mache ich sowas? Emeralds kann rein Leder kann rein Steine können rein Steine können rein So, das kann auch alles rein Soll alles weglagern Kommt soll eigentlich alles weglagern hier Lager später weg Welche Zeit haben Welche Zeit haben wir an? Haben wir mal hier Platz, ne? Sehr gut Dann fliegen wir jetzt noch einmal Aber ein erstes Mal Letztes Mal Ins End Und dann werde ich mal kurz zeigen Warum ich das gemacht habe So, 1, 1, 1, 9 2, 1, 2, 5 Ah, schön Was, ein Lama? Krass, wir haben ja ein Lama Das sperre ich mir ein Beim nächsten Mal Erstmal möchte ich ins End End, 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 end Noch 41 Level Das hat mich so viel gekostet Ach ja Das ist nicht schön Über diese Landschaft zu fliegen Was wir bald aber Verspreche ich mal so nebenbei Nicht mehr machen müssen Das wird sich bald alles ändern Hier Warum? Egal, ich frage aber gar nicht Aber nicht fragen Einfach so akzeptieren So Ruckelt gerade so ein bisschen Das hat er hier alles Glaube ich noch gar nicht generiert So Oh, wir sind zu weit Muss hier irgendwo sein Dieses Dorf Muss sich immer nur Am lilanden Stein orientieren Lila Dorf Äh, Lila Dorf Einmal nicht So Dann hier rein Wir buddeln uns jetzt auch nochmal hier rein Brauchen ja eh mal irgendwann mal so einen kleinen Eingang hier runter So Sperrt ist da Essen hab ich da Und go Schönes nächstes Mal wachen wir dann Hoffentlich bei uns wieder auf Natürlich ist natürlich, ne Natürlich ist jetzt gerade mega dunkel hier Außer bei uns in der Hand Braucht das nicht so schlimm Weiß ja wo ich hin muss Kann auch so einen Fackelweg noch legen Damit wir ganz genau wissen, wo wir hin müssen Aber an sich Ist es klar Schaut mal da runter Unten rechts Man sieht es halt ganz dunkel Man sieht es ganz ganz dunkel Aber die Frames gehen gerade runter Uiuiui Na, meine Frames gehen gerade runter Meine Verbindung auch, ne Oh, oh, oh Das darfst du aber nicht So Sorry, falls ihr gerade im Video ein paar Lacks habt Oder hattet Die sollten jetzt weg sein Man sieht schon Die Endermen kommen Was? Ähm Okay Okay Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Grund gesehen Ich denke mir, das ist verständlich genug, oder? Ich denke, meine Gruppe ist wahrscheinlich genug. Ich denke, wir müssen jetzt noch die Farben aufbauen. Ich denke, wir müssen noch die Farben aufbauen. Ich denke, wir müssen noch die Farben aufbauen. Gut, alles klar. Ich möchte sagen, das war's soweit. War doch ganz cool. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. War doch ganz lustig. War doch ganz lustig ansonsten. Vielen Dank fürs Dasein und so. Schaut gerne wieder rein. Beim nächsten Mal gucken wir, was wir da machen. Habe ich noch keine Ahnung. Das check ich dann spontan. Ich glaube, es hat dann doch wieder ein bisschen Spaß gemacht. War doch ganz lustig. Ich schmeiße die Sachen ganz weit, die ich mir jetzt hier getötet habe. Plus noch ein paar extra so. Ich gehe jetzt mal eine Runde nach Hause fliegen. So. Ich fliege jetzt mal eben nach Hause. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.